Der Prolog von Urit vom 25. September Gedenken Die gottgeweihte Ephrosina war die Tochter des Pafnutyos, eines reichen und angesehenen Mannes aus Alexandria. Ihre kinderlosen Eltern hatten Gott um die Geburt eines Kindes gebeten, und sie wurde ihnen gegeben. Ihre frommen Eltern erzogen ihre Tochter im christlichen Glauben. Die junge Ephrosina wollte keine Ehe eingehen und verbarg sich vor ihrem Vater, kleidete sich in Männerkleidung und stellte sich dem Abt eines Klosters als Euneunuch des Kaisers Theodoros vor, wobei sie sich Smaraktos nannte. Der Abt nahm sie auf und übergab sie dem Altvater Arapidus zur geistigen Anleitung. Durch ihr Fasten und ihre von Gott erfüllte Askese übertraf Smaraktos bald alle Mönche in jenem Kloster. Als sie 38 Jahre in strenger Askese verbracht hatte, besuchte ihr Vater Pafnutyos das Kloster, und der Abt verwies ihn an Smaraktos um Gebet und Rat. Smaraktos erkannte Pafnutyos, aber dieser erkannte Smaraktos nicht. Als der Vater seinen Kummer über den Verlust seiner Tochter bekundete, sagte ihm Smaraktos, er solle die Hoffnung nicht verlieren, denn er würde seine Tochter in diesem Leben noch einmal wiedersehen und bat ihn, in drei Tagen wiederzukommen. Als Pafnutyos wiederkehrte, lag Smaraktos auf dem Sterbelager. Die Sterbende sagte zu Pafnutyos, »Ich bin Ephrosina, deine Tochter, und du bist mein Vater.« Lange Zeit war der Vater nicht in der Lage, zu sich zu kommen, aufgrund dieses schweren Schocks. Dann hauchte die gesegnete Ephrosina ihren Geist aus, und ihr Vater weinte über ihr. Nachdem Pafnutyos sie begraben hatte, trat er selbst in das Kloster ein und bewohnte die Zelle seiner heiligen entschlafenen Tochter. Nach zehn Jahren der Askese ging auch Pafnutyos in die Ruhe des Herrn ein. Der gottgeweihte Sergi von Radunesch war ein großer Asket und ein Licht der russischen Kirche. Er wurde 1313 in Rostov geboren. Seine frommen Eltern hießen Kirill und Maria. Nach dem Tod seiner Eltern wurde Bartholomeus, das war sein Taufname, Mönch und gründete das Kloster der Heiligen Dreiheit im Wald von Radunesch. Als stiller und sanftmütiger Knecht Gottes kannte er nur Arbeit und Gebet. Wegen der Reinheit seines Herzens wurde er der Gabe der Wundertätigkeit gewürdigt und ließ sogar Tote auferstehen, im Namen Christi. Die allheilige Gottesgebärerin erschien ihm mehrere Male. Fürsten und Bischöfe kamen zu ihm, um ihn um Rat zu ersuchen. Er segnete den Fürsten Dimitri Donskoy und sagte ihm den Sieg in der Schlacht zur Befreiung Russlands von den Tartaren voraus. Er sah in die Herzen der Menschen wie auch in zukünftige Ereignisse. Sein Kloster war gefüllt mit Mönchen, auch schon Zeit seines Lebens und von Jahrhundert zu Jahrhundert war es eines der wichtigsten Zentren des geistlichen Lebens und der Wunder Gottes. Der heilige Sergei ging ein in die ewige Ruhe im Jahr 1392. Nach seinem Entschlafen erschien er viele Male verschiedenen Menschen. Die Gottgeweihte Ephrosinia von Sustal Ephrosinias Taufname war Feodula. Sie war die Tochter von Michael F. und die Verlobte von Menas, des Fürsten von Sustal. Sie hegte keinerlei Wunsch, die Ehe einzugehen und betete zu Gott, sie als Jungfrau bis zum Tod zu bewahren. Als man sie nach Sustal zur Hochzeit brachte, starb Menas plötzlich. Ephrosinia kehrte nicht in ihr Elternhaus zurück, sondern trat in ein Kloster ein, wo sie sich in der Askese bis zu ihrem Tod mühte. Gott gewährte ihr die Gnade der Wundertätigkeit. Sie trat ein in die Ruhe des Herrn im Jahr 1250. Lobeshymne Der Gottgeweihte Sergi von Radonisch Ein Vorbild an Sanftmut und Gebet. Von Jugend an liebte der heilige Sergi Gott und Gottes Schönheit und pflanzte Stille und Güte in sich ein. Er erfüllte die Wildnis mit unablässigem Gebet und verwandelte den Wald an einen heiligen Ort Gottes. Er sorgte sich nicht um weltliche Eitelkeit und niemals war er erzürnt. Immer still, ruhig und sanftmütig zu jedem, doch nicht sanft gegen den bösartigen Widersacher. Mit dem Feind Gottes, dem Vater aller Lüge, der die Seelen der Menschen zu verschlingen sucht, führte Sergi mutig einen heftigen Kampf, unermüdlich und kraftvoll bis zum letzten Sieg. So entschlief der Altvater, doch der Heilige blieb, als feurige Säule für das russische Volk. Und bittet Gott um jeden Segen und sendet diesen vom Himmel herab auf sein Volk. Heiliger Sergi, höre nicht auf zu leuchten, höre nicht auf, zum Allerhöchsten Gott zu beten. Für das Wohl der Kirche, für Russlands Wohl, in der Herrlichkeit Christi, o heiliger Sergi. Betrachtung Ein Heiliger ist äußerlich betrachtet nicht bemerkenswert. All sein Reichtum ist innerlich in seiner Seele. Ein Bauer hatte den weiten Weg zum Kloster auf sich genommen, um den heiligen Sergi zu sehen. Als er nach dem Abt fragte, sagte man ihm, dass dieser im Garten arbeite. Der Bauer ging in den Garten hinaus und sah dort einen Mann in ärmlicher und schmutziger Kleidung, der dort zusammen mit anderen Arbeitern Unkraut hackte. Der Bauer kehrte unzufrieden ins Kloster zurück und dachte, die Mönchen hätten ihren Spaß mit ihm getrieben und wiederholte, damit kein Missverständnis entstünde, dass er den berühmten heiligen Vater Sergi zu sehen wünsche. In genau diesem Augenblick kehrte Sergi ins Kloster zurück, hieß den Bauern willkommen und beköstigte ihn. Der Heilige schaute in das Herz seines Gastes und sah dort die Gedanken über sich. Um ihn zu beruhigen, sagte er ihm, er würde Sergi bald sehen, wenn er noch ein wenig warte. In diesem Augenblick traf ein Fürst mit seinen Edelleuten im Kloster ein. Der Fürst und seine Leute verbeugten sich tief vor Sergi und baten um seinen Segen. Die Mönche baten den Bauern dann aus dem Raum, damit Platz für die neuen Gäste sei, und der Bauer schaunte mit Erstaunen von fern zu. Er starrte dorthin, um nun von fern das zu sehen, was ihm aus der Nähe zu sehen verwehrt gewesen war. Nun schallte er sich seiner Unwissenheit und war tief beschämt. Als der Fürst wieder abgereist war, ging der Bauer schnell zum Heiligen hinauf, fiel zu seinen Füßen und bat um Vergebung. Und der große Heilige war freundlich zu ihm und sagte, Sei nicht bekümmert, mein Sohn. Du hast etwas Wahres über mich gedacht, als du mich für nichts ansahst, während sich die anderen täuschen, wenn sie denken, ich sei etwas Großes. Zum Nachdenken Lasst uns nachdenken über die Gerechtigkeit und Sünde des Königs Joasch und über Gottes Belohnung und Strafe. 2. Chroniken, Kapitel 24 Wie Joasch zuerst auf Jehoiada den Oberpriester hörte und tat, was gut war vor dem Herrn. 3. Wie Gott Joasch mit einer langen und friedlichen Lebenszeit segnete. 4. Wie Joasch sich veränderte, den gerechten Sohn Jehoiadas tötete und anderes Böses tat. 5. Wie eine kleine syrische Armee Joasch überwand und das Land verwüstete und Joasch schwer erkrankt in seinem Bett liegend von seinen Dienern getötet wurde. 5. Homilie Über den gemeinsamen Reichtum des Vaters und des Sohnes Alles, was der Vater hat, ist mein. 6. Johannes, Kapitel 16, Vers 15 Diese Worte gehören zu den Letzten, die Christus vor seinem Leiden sprach. Es sind jene Worte, die am meisten umfassen. Denn sie offenbaren die heilige Gottheit Christi des Erlösers und verbunden mit den folgenden Worten Darum habe ich euch gesagt Er nimmt von dem, was mein ist, und wird es euch verkünden. Offenbaren sie auch die Gleichheit des Heiligen Geistes mit dem Vater und dem Sohn. Das Seine, das der Heilige Geist nehmen wird, kann sich nicht unterscheiden von dem oder in Widerspruch stehen mit dem, was des Vaters ist. Denn alles, was der Vater hat, ist mein. Warum sagt der Herr nicht, er wird das Meine nehmen, sondern er nimmt von dem, was mein ist? Weil der Heilige Geist den Menschen nicht alles zeigen wird, sondern nur etwas davon, so viel wie die Menschen empfangen können und es für sie notwendig ist. Ein Teil der Gaben Gottes ist den Gläubigen hier auf Erden gegeben und der andere Teil wird ihnen dann im Himmelreich gegeben werden. Dieser himmlische Teil ist jener, über den der Apostel schreibt, Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in kein Menschenherz gekommen ist, ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. 1. Korinther 2, Vers 9 All dies und unermesslich viel mehr ist im Besitz Christi. Sein Besitz umfasst nicht nur diese Welt, sondern auch die andere Welt und noch etwas unermesslich Größeres als beide Welten. Die Ewigkeit gehört ihm und die Unsterblichkeit. Vollkommene Macht gehört ihm und vollkommene Weisheit. Vollkommene Liebe, vollkommene Güte und Barmherzigkeit und Gerechtigkeit und Wahrheit und jedes andere Gut, das der Geist zu begreifen und in Worte zu fassen vermag. Er ist Allvollkommenheit, die alles übersteigt, was der Mensch zu erfassen vermag. All dies gehört dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Alles, was der Vater hat, ist mein. Durch diese Worte offenbarte der unermesslich reiche und unvergleichliche Sohn des Königs seinen Jüngern, seine Reichtümer, die in der dunklen Nacht, als er barfuß vor die hebräischen Ältesten gebracht wurde, um gegeißelt und bespient zu werden, unbegreiflich und unvorstellbar waren. O Herr, unser Gott, allerheiligste und allerreichste Dreiheit, erbarme dich über uns Sünder und rette uns. Dir sei Ehre und Lobpreis in Ewigkeit. Amin.